hallo freunde und willkommen zu gta und wie ihr seht bin ich hier draußen beim gym fitness so wir werden jetzt mal die leute hier etwas etwas nerven so und wir werden die provozieren und ich drehe mich jetzt um und fange an die leute zu provozieren wir werden die einfach anstarren wir tun einen auf schwachen wir werden die pranken so kommt die damal an ja ganz schön kräftig nicht wahr wir gucken erst mal alle an ein tattoo hat sie auch ok ganz schön kräftig nicht wahr wie viel schafft ihr denn oh jetzt ist die sauer oh 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 nein 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 sorry sorry wir gehen jetzt weg kommt gleich wieder zurück sie müssen sich erst mal beruhigen so ich glaube der hat sich beruhigt oder die die war das auf jeden fall so wir gehen jetzt wieder zurück kommen wir gehen jetzt wieder zurück hi boah stabile weiber stabile weiber auf jeden fall oh guck mal die sind jetzt fast alle weg oder was ja joo 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 jesn of ganz berumte gym oh 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 Moin! Moin! Ey, wir sind ja... Überwiegend Frauen, oder was? Nee. Überwiegend ja, aber nicht alle. Oh, jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an, hier. Alle wollen gegen mich kämpfen. Ey, die wollen mich alle schlagen, Alter. Ah, viele haben Schiss, ne? Hier, ein Beschützer da hinten. So. So geht das. Hi, alles klar? Ja. Oh, hab ich den platt gemacht, ey. Haha. Ich hab den platt gemacht, Alter. Die Zeit kommt. Oh, ich bin ja verhaftet, Mann. Krass, ey. Jetzt kommt ja, Frank, wir gehen auf den Knast, ey. Okay. Tja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, jetzt hier draußen, Kollege. Wie sieht's mit Waffen aus? Alle da? Ja, aber überall keine Mummies. What the fuck? Aber... Angst einjagen kann man auch damit, ne? Angst einjagen werden wir noch machen. So. Ab aufs Bike. Und wieder... Wieder zurück, ne? Wir haben ja hier noch ne Rechnung geoffen, Alter. Wooh! Too close! Oh! What the heck? Jesus! Psychopath-Driver. Das haben wir jetzt los oder so. Wir gehen mal auf Toilette. Mal gucken, was da los ist. Hi. Okay. Alles geschlossen. Wenn man gegen die Tür klöft, passiert nix, ne? Ne, passiert nix. Was passiert, wenn man den GT-A gegen die Toiletten-Tür klöft? Passiert nix. Yo, what's up? Yo, this fool is on one. Eh. Yo, what's up, sagte. Ich guckte, das niemand an. This is close. Hi. Hi. Would you open your damn eyes? Are you high? You just fucking walk straight into me. Oh, no, sorry, this freak told me not to talk. Fuck you! Oh, sorry. Oh, you must be prepared. That's just wrong. Oh, sorry. Look the fuck out. I ended up having a... Sorry. I'm telling a tranny weight-lifter my life story. Ah, sorry. Oh, sorry. Sorry. Wir provozieren ja richtig hier, ne? Aber es passiert nix. Na, der könnte vielleicht glücklich werden, oder? Der hat auch Kaffee dabei, glaube ich, gehabt. Ne, jetzt bleibt er weg, guck mal. Oh, jetzt habe ich drei Freunde, doch. Oh, sorry. 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 Entschuldigung. Heisenberg, oder was? Jemand hat den Polizei angerufen. Oh, come on, woman. Hey, die sind immer noch hier, ey. Leute. Langsam ist gut. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, schuldigung. Oh, schuldigung. Du hast الص nicht alles ist schnell weg die bundesinde ja so geht das leute Autsch! Der Hubschrauber ist sogar. Das geht ja gar nicht mehr. Ich muss mich irgendwo verstecken, komm. Irgendwo muss ich mich verstecken, Leute. Aber wo? Irgendwo! Irgendwo! so schnell aus hier kommen ein hund so leute während ich weg laufe und mich irgendwo verstecke verabschiede ich mich schon mal oh ein hase ein hase der trifft den hasen nicht hey was wenn die den hasen treffen oh ja ich habe mich getroffen